Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Trouble in Terrorist Town und wir sind jetzt hier im weißen Haus unterwegs und mit dabei der Jensens, DHG, der Vampy, der Hörns und Gipfeltinte. Moin moin. Moin. Guten Tag. Moin. Alter, hier klingt das komisch. Achso, da, du haust ja alles so platt. Ne, ich versuch's. Ja. Aber ich kann das einfach nicht. Oh, du hast ein besseres, du hast einen schönen Nahkampf, bleib mal aber Abstand. Ja. Also, hörst du es bei mir, es geht gleich los. Ich höre mich noch ein bisschen an dich, echt nur. Ja, das kann ich verstehen. Aus gutem Grund. Ich bin unschuldig, das macht die Situation nicht besser. Ich bin auch unschuldig. Ja, es sind immer alle unschuldig. Außer Jens, der ist immer Traitor. Ich glaube, dieses Sniper-Loss, fürs Gebäude brauche ich die Sniper-Loss. Echt nicht. Ja, Traitor-Bloss, ja. Ja, so ein Traitor, äh, Traitor. Von 1, 2, Traitor. Shit. Hä? Ich hab einen Traitor gefunden. Ah. Ja, stimmt. Zwei Traitor spielen ich diesmal mit, ne? Nur zur Information. Spämmpief. Gipfel. Irgend so ein Schmählappen läuft da hinten. Hallo Freund! Hallo Bums! Wer war da? Aber Jens und Wempi, ihr war's ne? Ja. Ja, ich hab mich grad gewundert. Du schießt auf mich und das Spiel ging weiter, obwohl du auch gekillt wurdest danach. Ich dachte, hm. Und dann fiel mir einen tatsächlich gleich zwei. Also diesmal durfte Jens wirklich helfen. Ja. Ja, dann hab ich dich... Ja stimmt, ich hab Jens ja gekillt und dann hat Hörns mich ja noch weggeschossen. So war das ja. Ja. Ich dachte, du warst das, weil du geschossen hast. Ja, ich hab mich ja nur gewehrt. Ja. Ja, Jens hat auf mich geschossen. Dich nervt, damit du mich unschuldig tötest. Aha. Warte. Warte. Du hast mich doch grad dazu eingeladen. Ja, Jens. Na, ihr? Hey, Jens. Jens ist hier bei mir. Oh je. Gipfelt hinter. Flasch. Ja, mit der. Das ist natürlich bei zwei Traitor ist echt jetzt gemein, ne? Also jetzt haben die Unschuldigen echt Schwierigkeiten. Ah, auf Hörns wird geschossen. Gipfelt jetzt einer. Komm her du Lümmel. Der ist tot. Komm her du Lümmel. So Hörns, du bleibst bei mir, weil ich denke, du bist es jetzt nicht. Außerdem ja, kein Wunder, er hätte sonst ja auch nicht auf dich geschossen. Ja. Und ich hätte ihn nicht gekillt, ne? Sonst hätte ich ihm ja geholfen. Ja. Ja. Da kommt einer. Bleib auf Abstand. Wer ist das? Das ist Wampis. Okay, du kommst nicht zu uns. Wo bist du jetzt Ralf? Ich bin hier bei dir. Ach klar. Wir müssen nur dafür sorgen, dass keiner... Jens, geh weg. Oder ich die White House, die wir hier... Wir müssen einfach uns hier auf Abstand halten. Ne, das ist ne andere White House, ne? Ja, ja. Wie ich dachte, kam mir das grad zu komisch vor hier. Ja. Ich klebe ihn auch. Jensen, es steht über ne Leiche. Wir gehen da nicht runter. Ach so. Der Traitor muss uns töten und deswegen wandten wir einfach, bis der kommt. Einer wird geblendet. Genau. Eigentlich fehlt jetzt nur ein Traitor bislang. Das ist natürlich... Schlechtes Team, würde ich sagen. Vampy fährt runter. Hä? Ist das die Map, wo man runter... Ja. Ja, aber das ist... Ich find das nicht. Die andere. Ich hab's schon die ganze Zeit gesucht und noch nicht gefunden. Geil hier. Das fällt hier auch gemein. Ja. Check. Du brauchst hier auch nicht schießen, ich bin... Unschuldig. Hier. Ich schieß ja auch nicht auf dich. Das sagen sie alle. Guck mal lieber hinter dir Cap. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Ja. Der auch gerade ist hier Leute. Achso. Nicht viel Zeit gehabt. Nur Vampys weg. Vampys weg. Ja, der hat sich verpisst. Also bin ich nicht in der Nähe von einem Traitor. Oder du bist der Traitor. Nee. Der würde hier nicht wegschlagen. Deswegen ist er auch im Keller gefahren, ne? Weil da gibt's so Traitor-Sachen glaube ich, ne? Ja, aber die Traitor-Sachen würden mir ja auch nicht nützen, wenn keiner mitkommt, ne? Also Höns und ich sind's nicht. Dann bleiben ja nicht mehr viele. H.G. Jensens. Okay, bleiben noch drei. Bleiben ja nicht mehr viele. Oh ja. Das war ja. Das tut ja dann auch nicht mehr. Ich würd sagen, H.G. und Jens, ihr geht einfach mal zusammen unterwegs und mal gucken wie der kommt. Genau. Wir lassen euch beide in einem Raum. Damit du in Ruhe Höns gehen kannst. Tschüss. Ich weiß das. Also, ich bin aber gegen. Ich weiß das. Wieso kannst du dich ja wehren? Ey, Kush. Weil ich diese Map nicht so kenne. So, wir warten jetzt bis es fallen. Ja, da kommt Vampy. Oh, warte. Ich hab hier ne bessere Waffe jetzt. Ich hab hier jetzt auch ein Schrotgewehr. Haha. Ja. 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 Und das sind jetzt immer zwei. Ja. Ja, das ist jetzt immer zwei. Ja das… Ja, das… Ja, das lustig nicht. das heißt der andere den siehst du auch der dann so ein rotes tee über den kopf okay als er sich zum t einlädt ja so hönns ist da Alter, was ist hier los? Moin, Jens Moin Hey, hey Hey, hey 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 Geil, super gemacht. Stehen wir mit zwei Leuten an. Aber ja. Ja, wir stehen da zu zweit in der Bude, ne? Und ich hatte nur ne Pistole, ich hatte auch keine... Ich kann da nur an den Sachen gucken und auf einmal sah ich da was. Schade, ey. Aber, ja. Ich komm mich nur mit ne Pistole wehren, aber ihr habt noch gut verloren, schön. Ja. Habt ihr euch gleich an meinem Start auch zusammen gefunden, ne? Ist auch selten, das Virtual Tourn direkt. Ja. Ja. Hier wird rumgeballert. Ja. Hab ich auch gehört. Wo war das? Ja, genau. Ziemlich so. Hören sie es bei mir? Warte mal. Vampi ist auch hier. Ey! Okay. So. Also ich hab nicht geschossen. Ich auch nicht. Ich hab schon Jens gekillt, dann hab ich Wampi gekillt und dann... Oh Mann ey. Das ist mir noch nie passiert. Oh, ich hab mir grad so auf den Kopf geschlagen, ich hab jetzt Schmerzen. Hahahaha. Faceball. Meine Güte, ne ey. Das sah so gut aus. Ja, das ist mir leid, wa? Oh, und dann... Das kommt mir schon wieder vor. Jens arbeitet für Trader und Jens arbeitet gegen Trader. Was war das denn? Ich hab das gehört. Jens ist schon gestorben, okay. Okay. Herr Gewold, du kommst hier aus dem Schrank da? Ja, aus dem Schrank. Da war ich. Kannst gerne mit mir kommen. Hier. Kannst gerne mit mir kommen. Okay. Da ist keine Leiche drin. Guckst du hier. Da, da. Gesehen, gesehen, gesehen. Ausgeschlossen bist du deswegen noch nicht. Ich hab aber niemanden umgebracht. Wo ist die Leiche denn wohl? Wiss ich nicht. Es gibt hier rüber auch noch Räume, ne? Geh mal nach oben. Wenn ich gleich nicht wiederkomme, wisst ihr Bescheid. Hallo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du kommst hier bei einer Leiche weg. Na? Du kommst hier bei einer Leiche weg. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ja. Ja. Ey, ich höre Schüsse. Wer schießt hier? Ey, ich auf Gipfel, Tim. Ja. Was? Weil er hier bei einer Leiche weggebracht hat. Ach, warte mal. Jens, Jens kam auch von hier. Jens kam auch von hier oben. Jens ist... Jens, was ist? Ah! Fuck! Wer war das jetzt alles? Aber jetzt hat irgendwie... Hagi, du hast mich gekillt. Wer? Marco und ich. Ja. Hab ich doch gesagt, ich hab Marco abgeknallt und als ich auf Jens schießen wollte, war ich schon tot. Weil Hagi mich weggeschossen hat. Hä? Hab ich dich weggeschossen? Ja, du hast mich weggeschossen. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, das wär... Dings. Oh. Nee. Ich hab nämlich gesehen, als beide von oben kamen. Aber dadurch... Aber ich hab nicht gesehen, dass du da warst, Cap. Ach so. Als ich Cap umgebracht hab, alter, ne? Das hat mich richtig heftig minus gekostet. Ja, das stimmt. Ja. So. Oh ja, ich bin tatsächlich unschuldig. So, Hagi, komm. Du bist mein Mann. Ja. Nein, danke. Nicht heute. Ne? Ne. Ne. Ich krieg ja nochmal flüchtig gekniffen hier. Ich verbinde mich bei dir, Hagi, ne? Und wenn ich tot bin, dann bist du das. Wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Ich vertraue dir, deswegen bin ich hier. Gah. Also eins ist klar, einer von euch ist nicht Traitor, weil sonst wär ich schon lange tot. Ne? Oh, was war da? Das war so ein Descoborn bei der weiße Haus. So ein Descomofa. Descomofa. Ich weiß, was hier die Situation ist. Einer von uns drei ist Traitor. Ziemlich sicher. Vielleicht sogar zwei. Ne, dann wären wir hier nur noch. Dann würden hier zwei die Treppe runterlaufen und das war's. Jetzt fährt nur noch die Jamba, die Musik. Das ist so einfach, wir sind zu dritt hier und Okay. Wir leben noch. Irgendjemand hat Jens gerade getötet. Ich bin hinter dir. Warte, aber irgendwann hat auch gerade Jens getötet. Jens? Wer ist denn nicht hier? Aber dann muss ja einer hier Traitor sein. Wer ist denn nicht hier? Der Gipfel ist dann Traitor. 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 Ja, aber das ist einer zumindest dann. Ja. Aber den haben wir schon mal. So, der geht mit. Der Gipfel ist hier. Was war das? Was war das? Gipfel ist hier, Gipfel ist tot. BIT! Kontakt. Was? Ey! Ja, ich wusste, dass HG das ist. Hahaha. Cool. Marco, du Drecksack! Boah, ich hatte nur noch eine Strukturpunkt. Ah, ah. So. Ja, das war es schon wieder von dieser Folge. Schöne Map. Schöne Runde. Super Fehl. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao, ciao. Ja.